Hat das einen Grund, dass ihr mich die ganze Zeit anguckt? Wir werden sie jetzt hier begleiten. Das können sie jetzt doof finden. Das werden wir jetzt auch so machen. Ich bin dafür, dass wir jetzt einfach aus dem Nichts einen kleinen Sprint einlegen und gucken, ob die uns folgen. Das Wort, wenn wir los sprinten, ist Power. Okay. Für Jeremy. Power! Entschuldigung, wir werden verfolgt. Das ist schon mehr als unsere Kraft. Power! Da geht's, Jungs. Power!